Da ist die Tür. Komm, 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 das schaffst du, das schaffst du. Oh, Alter. Fink dich, ich kann schwimmen. So. Weiter geht's. Oh, 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 ich seh kein Land. Ich seh kein Land. Doch da, 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 da. Haha. Was ist das denn hier? Hm? Was kann ich hier tun? So, ich kann es damit anlocken, oder was? Was bringt mir das? Was? Ich muss ja hier rüber, oder? Ah, ich muss da unten hin, oh Gott. Nein, 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 nein! Oh nein, 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 nein! Oh! Jetzt sind sie für immer zusammen. Für immer. Boah, wie schnell die ist? Alter! Lass mich! Lass mich! Huiiii! Oh! Nein! Oh, lass mich, lass mich! Oh! Für immer zusammen! Grimm, mein Handy mag ich schon wieder nicht. What? Yeah that! Ja, ich nutze mein Handy. Das heißt also, wir müssen versuchen, die alte irgendwie wegzulocken, damit wir unten an den Schaltern im Wasser kommen. Sehe ich das richtig? Ich denke schon, ne? Hallo! Ich bin hier! Guck mal, hier riecht mal meine Kiesemauken. Ja, ich bin hier! Das schaffe ich nie im Leben. Nie im Leben schaffe ich das. Ohohohoh! Uuuuu! Uuuuuuuu! Huah, alter! Huah, huah, huah. Huah, 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 alter! Boah, das ist knapp! Huah! Oh Gott! Ich hab zugenommen, tschuldig bitte! Was? Fenster auf, Handy raus. Nützt immer. Oh Gott. So, weiter geht's. Ähm... Wo ist das denn? Wo ist das für eine komische Tür? Oh nein! Oh, Alter! Kann ich mich nicht in Ruhe lassen? Oh, die geht mir so auf den Sack, die, Alter! Habe ich schon mal erwähnt, dass es mir auf den Sack geht? Okay, hier ist eine Luke. Lukas. Drück den Knopf, drück den Scheißknopf. Oh Gott. Ah, fick dich! Fick dich! Hallo Zeus, willkommen zur Let's Play Live Show! Und danke fürs Auto-Hosting! Ist sie hier? Ist sie hier? Ist sie hier? Kommt sie jetzt? Ja? Hallo! Komm her! Gib ein Küsschen! So, ciao! Die hat mich nur lieb... Ja! Oh, die will mich auch nur kuscheln mit mir. Unterwasser. Hm. Und will mich nur nach unten ziehen. Die will mich nur ins Wasser ziehen. Einfach nur unter Wasser halten. Für ewig. Und für immer. Äh, wo muss ich lang? Ah, hier. Alter, die gehe ich mir auf den Sack. Eine Kette. Ah! Was? Nein, 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 nein! Nein! Nein, nein! Nein! Das war's. Das war's. Was? Nein, 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 nein. Das war's. Amen. Amen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir können doch was atmen. Sie hat mich lieb. Die Fische folgen uns. Ich bin Nemo. Oh Gott. Was ist hier los? Was ist das denn hier? Eine ganz schön harte Birne. Meine wäre schon Matsch. Hier ein Operationssaal. Und was ist da oben? Ist es ein Alien hier oben? Oh was ist das hier? Ist das wie ein Alien? Sie hat uns auf jeden Fall geholfen. Sie wollen nur kuscheln. Sagen Frauen immer. Ich will nur... What the fuck? Was war das denn? Guck mal. Ich sehe dich. Ich will nur kuscheln. So. Okay. Ein Parkhaus? Oder... Keine Ahnung. Oh wie geil. Das ist die Fische uns auch verfolgen. Das ist total geil. Tut mir leid. Ich rieche nicht nach Fisch. Ist das so eine gute Idee? Oh. Oh. Ich glaube nicht. Oh Gott. Was war das denn? What the fuck? Kann ich das irgendwie abschalten oder so vorher? Oder muss ich da lang? Ich glaube ich muss da lang. Oh. Nein! What the fuck? Es tut mir so leid. Alter. Was? Der arme Timmy. Komm. Man muss auch mal die Tode sehen. Komm. Man muss auch mal die Tode sehen. Was es so alles gibt. Komm schon! Okay. Die Ventilatoren gehen jetzt gleich an. Also warte ich hier nochmal eben. Okay. Ob das so eine gute Idee ist? Ich glaube nicht. Alter. Wie soll ich das denn schaffen? Ach da oben. Jetzt sehe ich das erstmal. Ach da oben sind so rote Haken. Ah. Man sieht sich so selten um. Das ist das Problem. Man guckt immer nur auf diesen Timmy und denkt sich so. Der jetzt in zwei gestitten? Ja. Tschüss Fischlein. Ja. 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 Na komm. Oh nein. Hab ich zu früh losgelassen. Verdammt. Fuck. Muss ich nochmal kurz festhalten. Der Timmy. Timmy. Lecker Fischfutter. Der Timmy. Come on. Oha. Alter. Was? Fufufufufuf. Erstmal Fußnägel schneiden. So. Oh Gott. Oh. Alter. Dieses Spiel, ne? Was ist das denn? Nobody. 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 We find you. We find you now. Trager. Trager. Naja. Wer weiß woher das ist. Oh. Äh. Ach scheiße. Wee. Ich kann fliegen. Entschuldigung. Timmy. Survival. So. Ist tut mir leid. Scheiße hab ich ganz. Ich hab den Dings nicht gesehen. Den Lichtkegel. Verdammt. Äh. Das war keine gute Idee. Äh. Scheiße. Wee. Freunde. Guck mal. Ich bin der Timmy. Ich spiel in der Augsburger Puppenkiste. Den ist mit. Also wie geil. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Okay. Ich muss warten bis der Kegel da hinten ist. Ist der Weg kürzer. Wo ist der Schatten jetzt? Oh Gott. Äh. Hier vielleicht. Oh. Na. Dreh doch. Na rein. Was machst du denn da? Ich bin drunter. Oh Gott. Der MI6. Dum 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 dum. Ich habe sie erwartet. Mr. Bond. So. So wie bei Homefront. Die Ente. Ah. Erinnere ich mich immer wieder gerne dran. Homefront war so ein geiles Game. Obwohl viele auch immer gesagt haben. Ja. Ne. Ist nichts. War auch nichts bewegen. Welt bewegen. Ist auch kein Shooter Meilenstein. Aber es war so von. Von der Idee her. Und von der Story. War es total geil. Also fand ich zumindest. Boah. Der war knapp. Na. Äh. Scheiße. Fuck. Erstmal konzentrieren. Moment. Oh oh. Hier müsste ich sicher stehen. Oder? Ich glaube schon. Was. Der Fang. Was. Fußnager. Der Fußnager war zu lang. Ja. Ich glaube auch. Man muss schon sagen. Sterben kannst du echt gut. Ja. Es gibt so eine Zuschauerin. Die. Die heißt hier Söckchen. Äh. Wenn die immer hier ist. Sie sagt immer. Du kannst ruhig sterben. Ich habe nichts dagegen. Das ist so ihr Standardspruch. Äh. Wo bin ich jetzt? Er stirbt wie kein Zweiter. Er schwimmt mit den Fischen. Und er trägt einen roten Pulli. Es ist Flex. Bald im Kino. So. Hallo. Kann ich hier? Nein. Wo muss ich lang? Klingt wie so ein Kino-Werbespruch. Er stirbt wie kein Zweiter. Er kann tauchen. Ohne zu atmen. Hä? Hä? Achso. Ja gut. Dann. Gehen wir einfach hier lang. Ich verstehe immer nicht. Wo wir hier sind. Wir sind immer noch in dieser komischen Fabrik. Ne? What the fuck? Äh. Wie kann Wasser über uns sein? Das ist strange. Das ist abgefahren. Oder oben ist Glas? Ne. Das ist doch Wasser oben. What the fuck? Wie kann Wasser über uns sein? Ähm. Okay. Vielleicht soll ich doch in das Loch springen. Ich war mir nicht ganz sicher. Deswegen bin ich erst da lang gegangen. Ich meine. Wer springt schon gerne in ein Loch? Das klingt falsch. Wenn ich das so sage. Da oben ist übrigens ein Alien. Mehrere. Timmy will nicht. Du musst. Spring da rein. Du Sau. Erstknopf drücken. Dann gucken was passiert. Oder erst vorbeigehen. Und gucken was passiert. Ich mache erstmal zweite Variante. Sterben kann man immer noch. Patsch. Aha. Eine Tür. Ein Safe. Kann ich ihn öffnen? Er kann ja unter Wasser atmen. Wollen wir ja keine Sorgen mehr machen. Er säuft. Ach. Jetzt sind wir hier. Was haben wir hier offen gemacht? Ah ja. Interessant. Da unten liegen Videokassetten. Das sind wahrscheinlich die Videotipps von Resident Evil. Von Resident Evil. Mich verlassen schon die Worte. Von Resident Evil. Da hängen Menschen als Luftballons im Wasser an der Decke. Aha. Achso. Da ist der Knopf um oben zuzumachen. Das ist gut. Hui. Ähm. Ja. Kann ich das... Irgendwie kann ich das mitnehmen? Irgendwie? Nö. Ich glaube, ich weiß, wie... Warte mal. Funktioniert das? Nein, so nicht. Hä? Hm. 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 Aber so müsste das eigentlich gehen. Im richtigen Moment vielleicht. Ja, genau so. Okay. Aber was bringt mir das jetzt? Und wo kann ich das nutzen? Ist jetzt die große Frage. Hier. Was bringt mir das? Kannst du das irgendwie aufsammeln? Was bringt mir das denn? Hm. Aha. War die Idee schon richtig, dass man da... Warte mal. Dass durch die Schräge das so ist. Was kann ich hier machen? Kann ich hier... Raus. Damit... Ja, wahrscheinlich, ne? War jetzt mal so eine Idee. Weil ich kann hier hinten rausschwimmen, ne? Flexi! Äh... Es ist schon 0.05. Nur zur Info. Ach, echt? Krass. Oh, was? Wann haben wir denn angefangen mit... mit Dings? Halb 10? 10 Uhr? Mit Inside? Zwei Stunden spielen wir schon? Krass. Gucken wir uns, ob wir erst eine Stunde spielen oder so. Oder anderthalb. Ich glaube, halb haben wir angefangen, ne? Halb 10, oder? Ich glaube schon, ne? Was die Zeit für geht in dem Spiel? Und wie lange das schon geht? Wahnsinn. So. Ach, hier kann ich auch ziehen. Juhu. Warte auf mich. Warte. Kann ich beide übereinander machen? Geht das vielleicht? Müssen wir bestimmt beide, ne? Mal ausprobieren. Na? Ach, krass. What? Fuck. Was? Höhöh. Auf zu zittern, Alter. Lass das. Ist das ne Tür da oben? Oder was ist das? Okay. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's einfach mal rausgezogen. Ähm. Hui. Da hinten ist ein Gabelstapler. Stabelgabel. So. Okay, ne Leiter. Die uns wohin führt. Ich geh mal hier lang. Wie geht's dann erstmal mit anderem Licht gucken? Ähm. Michael Jackson schreitet voran. Thriller. Thriller. Yeah, 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 yeah. So. Eine Kiste. Die können wir bestimmt gut gebrauchen. Ich nehm die mal mit. Weil wenn die schon hier so rumsteht, dass man sie mitnehmen kann, dann hat das bestimmt auch einen Sinn. Ich nehm sie mal mit. What? Was? Stablerfacher Klaus. Da ist er gerade. Weil du es gerade ansprichst, Flächenfango. Da ist Klaus. Guck mal. Äh. Loll. Der hat auch einen kleinen Jungen da. Guck mal. Loll. Krass. Dafür war bestimmt die Kiste auch gedacht. Hundertprozentig. Äh. Guck mal da oben. Mit Kamera. Warte mal. Ich hole mal die Kiste. Ich kann nicht mehr verlocken. Was denn? Der ist zugeschickt für Klaus. Ja, das stimmt allerdings. Und hier ist schon wieder Wasser. Ich schnall das irgendwie gerade alles nicht. What the fuck? Was geht hier ab? Höh. Blub, 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 blub. Hä? Ähm. Kann ich? Ach so. Oh Gott. Das ist voll verwirrend. Ist das? Das ist voll durch den Wind. Wind. Oben ist Wasser. Unten ist kein Wasser. Das ist voll durch das Spiel. Aber sowas von. Ist nur die Frage. Wie brauche ich die Kiste und wo? Und beobachten die mich oder beobachten die mich nicht? Und wie komme ich da rüber? Ich schnall es gerade nicht. Also noch nicht. Die haben sich ganz schön was einfallen lassen. Ja, das stimmt. Wie komme ich denn da rüber? Und die Kiste vielleicht? Rüberschwimmen und dann unten drunter. Dass ich die Kiste hier hinstelle, dass ich da wenigstens in Wasser komme. Das kann sein, ne? Die Kiste muss bestimmt hier oben bleiben, dass ich da dann rüberschwimmen kann anschließend. Ich probiere es mal. Hallo, ich will schwimmen. Ich kann schwimmen. Lass mich. Die Kiste. Die Kiste. Oh ja, die Kiste. Ja, Beine. Die Kiste. Die Kiste. Oh, die Kiste. So, warte. Ich würde jetzt gerne mal den Hebel benutzen. Ungefähr, dass die Tür aufbleibt, aber auch die Kiste unten ist erstmal. So, warte. Und zack. Nein. Hallo. Hallo. Das dürfte reichen, ne? Oder eigentlich? Das dürfte reichen. Ja. Boah, wie geil. Beobachten die uns jetzt da hinten oder nicht? Die müssen uns doch sehen. Die müssen doch sehen, dass das Wasser auf und ab geht oder nicht. Blub. Und unser Schatz, die wiederkommt hier. Die mit den langen Haaren. Ach, guck mal. Noch mehr. Eine mit dem weißen Schlüpper. Hier auch. Überall weiße. What the fuck? Da ist ein Knopf. Wie strange das einfach ist. Und ihr wisst ja, life is strange. Wie komme ich denn an den Schalter ran? Hier unten ist die Wasseroberfläche. Das ist so durch, das Spiel. Guck mal hier. Achtung. Fletsch. Das ist so merkwürdig. Hallo? Da ist ein Anschalter. Okay.